Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an dem Spiel Luterkings, ein Spiel auf Steam, welches ich antesten möchte. Wir können hosten, wir können joinen, wir können die Lottery und die Creepery, ist wahrscheinlich sowas wie ein Bestiarium. Kann ich ja nicht aufmachen, habe ich halt noch nicht fertig, ne? Ja. Was ist die Lottery? Ah ja, Statistiken und so weiter, das ist natürlich auch sehr nice, okay. Kommen mir bekannt vor. Hosten wir eins. So, das ist natürlich kein Public Server werden. Normal, Permadeath, gain extra Gems. Easy, no Permadeath, Goblin Ball, play a match of Goblin Ball. Okay. Starting Server. Ready to loot? Und, wir sind ein kleiner Goblin. Start new game. Naja, das Spiel habe ich schon mal kurz gespielt, ohne halt ein Video. Money. Shiny, blinky, beautiful thingies. Find your loot, gather it, collect it, grab it, steal it. Without loot, you won't be able to buy new weapons. Okay, also damit können wir halt Sachen kaufen mit dem Gold. Und wir können sogar rennen. Warum hat das gerade Klingen gemacht? Ich glaube, wir können jetzt erstmal hier in Ruhe rumlooten, oder? So mal hier. So delicious, so juicy, so deadly. Wir können Pilze essen, um Leben zu bekommen, aber einige sind auch giftig. Und wir können, wenn wir vor live sind, drei Mushrooms halten. Ah, da ist einer. Um rechts sind jetzt unsere Mushrooms. Keep everything inside. Muss alles auf einen Blick behalten. Und wir müssen in jedem Raum immer alle Gäner besiegen, bevor wir weiterkommen können. Ta-dam. Mhm. Chip. Your weapon is your best friend. Left mouse for light attack. Also für einen leichten Angriff. Und rechte Maustaste für einen schnellen Angriff. Hier haben wir einen Shop. Not enough gold. Not enough gold. Wir haben nur einen slotted spoon of doom. Too nice to ride on a friend, okay. Wir können auf einen anderen Komplinen rauchspringen mit E. Und währenddessen ist die Gottfähigkeit aktiv. Was ist die denn? Erstmal werden wir ein neues Equipment freischalten. Was haben wir hier oben noch eine Kiste? Tschuuu. Ha-da-da-da-da-da-da-da. Wuch. Hallo? mir ist das nicht das was ich letztens mal gespielt hat aber ich kann mir trotzdem nichts kaufen ich glaube tatsächlich hat nur doch hier toys in kindergarten crossbow okay will ich haben es ist gruselig trotzdem frage komme ich jetzt hier rüber aber und da war das war definit nicht bestandteil als ich das eingespielt hatte letztes eine mal was das okay nichts nichts von der relevanz also ich konnte direkt gegen gegen gleich kämpfen aber hier muss man entscheidend erst mal uns über die schlucht nicht lang gekonnt war über die schlucht wagen über eine lava schlucht da drüben kann ich lang aber ich kann sich auch nicht bewegen ein er wieder ein maschum so geht es natürlich auch sehr easy langweilig herr am hust ich bin schon wieder hier das hat mir leider nicht so viel gebracht ach guck mal ich geht hier kann hier hoch ach komm hoch kleiner goblin noch herr mit dem nooo ein graal der nur ein gold scheinbar wert ist das haben die echt gerne ne seitdem ich das eine mal das gespielt hat meine güte so da kommen gegner ein paar zumindest wo ist mein leben da und sich mal nehmen das ist ja voll auch sehr viel zu schnell das kann ich mal genau wie ich meinen meinen pilz essen konnte kann ich denn hierüber ohne dass die hinterher kommen ich muss das bei deren rüstung zerbrechen mushrooms vor seid ihr wie könnt ihr euch nutzen oh das ist nicht mal pause also ich war ganz dumm weil ich aber fast tot bin schönere spiele aber wie konnte ich denn ich drücke einfach mal alles cool keine ahnung e r t h vielleicht nö no mission ok was habt ihr da getan ist auch noch fernkämpfer oder wie trotzdem will ich mich ganz gerne heilen und das kiten kann ja nicht sinn der sache sein das ist die schnell ist ja wieder ich hoffe erst das denn wo kommt der denn her das ist ja ekelhaft das ist ja reudig die kind ihre schilde wieder das ist ja ekelhaft ein stück mal alle tasten kurz das spiel geht halt weiter und ich konnte mein luch nicht nutzen mein nach ich habe nichts zusätzliches bekommen das ist total sinnlos gewesen warum konnte ich das nicht nutzen das verstehe ich ein wenig solche wieder komplett von vorne an ah hier an der wir können sie nur wir können sie gar nicht essen da verpiss dich mal kurz rüber ich habe keine lustige das wollte ich diesen hässlichen dann durch zu lernen ob jetzt ist anders aus ist das eine beschissene ebene gewesen gerade eben tatsächlich war schon ist einfach auch in dem raum auf sagen wir wissen damit wäre ja auch mal eine variante aber auch ich habe mir auch gestand das ist sinnvoll ja mich auch noch gestern mit dem marsch und na klar ist logisch und hat irgendwie für zehn sekunden gefühlt na gut ja finde ich kein gutes spiel das was gewiss man gespielt zu luder kings leute wir sind in der nächsten folge davon angespielt bis dahin ciao ciao